Agent, schön, dass Sie hier sind. Wenn Sie landen, lassen Sie den Server dort. Ich hole ihn dann und sichere Sie ab, während Sie das Gebiet durchsuchen. Agent Johnson? Wie sind Sie so schnell nach White Oak gekommen? Ich hab hier auf Sie gewartet. Wer glauben, Sie hat Birdie gefunden? Oh, sicher. Sorry, ich glaub, ich werd nur etwas paranoid bei allem, was in letzter Zeit los war. Schon okay. Agent, wenn Sie landen, begeben Sie sich zur Brücke. Automatische Verteidigung entdeckt. Achtung! NLT-Aratrat! System gedrosselt. Die Black Tusk müssen White Oak übernommen haben, nachdem Sie Lau befreit haben. Ergibt Sinn. Ned hat mit Kel gearbeitet. Das hier gehört praktisch dem Präsidenten. Gehen Sie zum Damm. Unsere Technik ist stabil. Hoffentlich brauchen wir den Server nicht. Agent, wir haben den Black Tusk-Funk abgefangen. Sie haben Nachschub für die Mörser geordert. Als Festivalコantierung. Das ist das was. ully verегодniert. Tandos wollen uns umkreisen! Agent, mit dem Netzwerk stimmt was nicht. Ich hab den mobilen Shadeserver aktiviert. Bleiben Sie in der Nähe. Wer weiß, wie weit der reicht. System reaktiviert. Er ist ohne Deckung, schief! Ich hab das. Da war's. Oh, ich hab den Luftfahrt! Verstand. Ascheid das Feuer. Achtung! Luft detoniert. Zugriff aufs System nicht möglich. Außer Reichweite. System offline. Agent, hier ist eine Interferenz. Der Funk geht nach, aber wir verlieren die Shade-Technologie. Das war nicht vorgesehen. Was geht hier vor? Ihr Agent befolgt die Befehle nicht. Wir werden alle sterben. Welche Befehle? Meine Befehle. Agent, gehen Sie zum Bunker. System wiederhergestellt. System gedrosselt. Feuer entdeckt. System reaktiviert. System reaktiviert. Steig! Wer ist genau da? Hey, könnt ihr aufhören zu schießen? Ich versuche hier zu arbeiten. Nein, wir bringen sie weg. Oh, shit. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Wir haben sie nach Camp White auch gebracht. Ihr Agent, der so aussieht wie ein beschissener Parkranger. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Agent Johnson. Komm, Agent Johnson. System wiederhergestellt. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. System unterbrochen. System unterbrochen. System wieder online. Startung verweist. Hey Ned, wie wär´s, wenn Sie meinen Bruder und mich gehen lassen und wir vergessen die Sache? Ja, ich habe Ihr Stromproblem gelöst und niemanden getötet. Also lassen Sie mich gehen, damit das auch so bleibt. Wir nehmen den Server und vergessen die Sache. System Fehlfunktion. System reaktiviert. Okay, jetzt sind wir im Spiel. Nein! Agent Johnson, komm Agent Johnson. Das Team hat den Kontakt verloren. Verdammt Johnson, wo sind sie? Feind kommt von der Seite! Habt dich! Tragbares Gerät erkannt. Tragbares Gerät erkannt. Dann ist Johnson offensichtlich ein Arschloch. Tja, danke für die Rettung, Agent. Ja, wir haben... Agent, sichern Sie Camp White Oak für die Dagung. Johnson hat ihn. Oh, was ist er mit dem? Was will er mit dem Server, Dradi? Das will was. Ach, darüber reden wir später. Der Kanal ist nicht sicher. Die sind in unserem Funk? Ihr Funk ist deren Funk. Zuhören, Manny. Hey, also Johnson, oder... ...sollte ich Sie lieber Mr. Anwerber nennen? Gut. Nur nichts. Ich übernehme nur Ihre Mörser für den Gegenwind. Bei all den Spielzeugen von Kerl war das kein fairer Kampf. Na, danke. Ich würde sagen, auf zum Heli-Set, bevor das Arschloch im Server schlägt. Hier, Ned, ich hab den Server. Bro, die hat meine Deckung gerade belastet. Wir haben den Sinn. Zahlen Sie sich um, verziehungsweise Akkauer. Hier ist er. Hey, Vic, was machen Sie noch? Ich hab gesagt, hier ist ein Gefährinfunk. Wird mir niemand zu... Vic, raus aus dem Funk. Holen Sie sich einen Taco oder so. Verschwindet da! Oh, das ist ein Gefährinfunk. Der Feind will uns von der Seite... Feels good, ass. Das war's. Das war's. Wenn wir es zu Ende bringen wollen, müssen wir ihn zu Net bringen. Agent, wir dürfen den Server nicht verlieren. Wenn Sie das Netzwerk wieder angreifen, verlieren wir Zugang zu Technik und Funk. Ich weiß nicht, was Sokolowa damit will. Aber wenn wir die Schildtechnologie verlieren, verlieren wir den Krieg. Net, schicken Sie den Heli zur Abholung. Verstanden. Agent, jetzt! Schlagen Sie zu! Halten Sie sich nicht zurück! System unterbrochen! Rote Verteidigerdrohne entdeckt. Agent, Sie wissen, dass Sie auf der falschen Seite stehen, oder? Wir unterstehen dem Präsidenten. Wir arbeiten für Homeland. Wir arbeiten für Cal. Es ist egal, ob Isaac glaubt, Sie wären noch auf Kurs. Sie haben sich Kelso angeschossen. Damit sind Sie abtrünnig. Sie glauben, ich wäre böse, weil ich ein Jäger bin. Wir sind die einzigen, die auf dem Kurs sind. Wenn ein Agent aus der Reihe tanzt, kümmern wir uns darum. Schwachpunkte entdeckt. System wieder online. System Fehlfunktion. System wieder hergestellt. Systeme unterbrochen. Agent steht wieder. Deckt! Die Flanken! Und verloren. System reaktiviert. System gedrosselt. Mit Schildstack ist er nicht zu besiegen. Agent, Sie sollten auf Birdie hören. Ich kann helfen, aber ich muss das Netzwerk ausschalten. Das können Sie nicht tun, Birdie. Oh, das kann ich und werde ich definitiv. Ich muss nur noch die Gegenmaßnahme hochladen. Dann verlieren Sie all Ihre kleinen Spielzeuge. System wieder hergestellt. Schildverwundung in dem Raum. Schildverwundung in dem Raum. Gegner verwundbar. System Fehlfunktion. Das ist der Versuch. Mist! Sorry! Fahre das Netzwerk wieder runter. Rote Verteidigerdrohne entdeckt. Feindliche Verteidigerdrohne entdeckt. System reaktiviert. System reaktiviert. System gedrosselt. Gegner verwundbar. Keine Chance. Verdammt! Noch ein Versuch. Feind im Anlass! System wieder hergestellt. Aufverstanden! System fehlfunktion. Gegner verwundbar. Nester Versuch. Mit Ihrer Technik richten Sie nichts aus. Ich hab eine Lösung. Braucht nur eine Minute. Birdie, was machen Sie da? Keine Sorge, Mr. Anwerber. Birdie, Sie kennen mich. Ich weiß, dass Sie ein Scheißkerl sind, der alles für seine Mission tut. Verdammt, Birdie. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Tu ich. Agent, weg da! Birdie! System wieder online. Das ist ein Fehler! Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler! Verdammt!